Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute dabei sind mein Bruder und mein Cousin. Wir haben drei Custom Zombies in Call of Duty Black Ops 3 für euch gespielt. Und zwar sind es die 47 Berkery Lane, die Crossy Crab Challenge und Seppuku. Ich glaube, das Ganze gefällt euch. Wenn ja, lasst doch gerne einen Like da. Und schreibt in die Kommentare, was euch daran gefällt und was nicht. Und ob ihr mehr davon sehen wollt. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und viel Spaß mit dem Video. Ja, hast du auch? Ja, ja. Ich habe die... ich habe eine 250er. Was ist hier? Kann man auch was kaufen? Ei, Skorpion. Achso. Eine Waffe. Ja, ich kann uns weiterkaufen, Jungs, ne? Ich habe noch sechs Minuten Zeit, um 26 Zombies mit Headshot zu töten. Ich auch. Und 32 zu Headshot zu töten. Und wieso? Warum? Wo sieht man das? Oben reicht, wenn du ein Contract gekauft hast. Achso, habe ich nicht, oder was? Nee. Nee. Haben wir ja gesagt, sollst du machen was, ne? Oh, 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 digga. Ich hab' Ja, habe ich aber nicht gecheckt. Was jetzt? Nichts. Ist nicht so wichtig. Nichts. Ist ja nur eine Belohnung, ne? Nicht schlimm. Nur eine Belohnung. Ja, nur 5K-Punkte, wenn ich. Geh, oh. Nur zwei gepatscht auf. Alter, du hast so viel Geld, digga. Ich kriege gepatscht auf. Ach, Jungs, Digga. Ja, Digga. Einfach irgendwo hier. Hier lang, okay. Eine Wandhäufe. Die hole ich mir. Oh, mir fehlen zehn. Fuck. Sie müssen erst den Strom einschalten, oder? Wo bist du hingelaufen, Tanne? Er ist wieder zurückgelaufen. Oh mein Gott. No. Ich brauch doch die Headshots. Ach so, sorry, Digga. Ich brauch nur das Geld, Digga. Bin jung und arm. Ah, mit dem Mausrad werfe ich Granaten anscheinend. Ich brauch auch Headshots, ich sag mal so. Ja, also ist mir egal. Geh weg von mir. Sag ich ehrlich, ist mir egal. Ist mir egal. Ey, was sind die Wachen alle so teuer an den Wänden? Ich brauch auch richtig wenig Geld, Digga. Äh, Leon, kaufst du auf? Oder wer hat so viel Geld? Jo, 240 Punkte. Ich kauf mal kurz auf, Digga. Gabul. Nicht halt, Digga, ne. Aber ich mach erstmal die Headshots, ne? Oh, hier hast du noch ein Kaboom. Aber sammelst du mal nicht ein, ne? Ne, ne, auf jeden Fall. Wir machen auch richtig wenig Geld für. Chill, Bro, chill. Ach, alles ist gut. Lass mir die, lass mir die Headshots. Oh, oh. Sag doch, was dann eine Atombombe ist. Ey, Digga, also. Scheiß drauf. Aber eh, Ende der Runde. Ich kauf auf hier. Die hab ich mies nicht gesehen, sag ehrlich. Aber die war auch gefühlt schon fast weg, Digga. Hab strom angemacht, Jungs. Also jetzt können wir die Perks noch kaufen. Perks kaufen. Ich hab, mach mir jetzt, Leon, die Headshots. Jetzt kriegst du 7500. Ja, okay, ja, Bro. Ich versuch's. Deswegen doch nicht der Punkt, Digga. Das ist ein bisschen schwer, Digga. Ich muss irgendwo nicht, wo nicht noch jemand ist, Digga. Weil Hüsam schießt die auch auf. Nein. Ich weiß nicht mal, ob ich's schaff, Digga. Ich bin ehrlich. Ich find keine Zombies mehr. Entweder bei dir oder bei Hüsam, Digga. Wenn wir auf die andere Seite kommen, Digga. Digga, die Map ist zu groß. Achso, was ist das denn hier? Widow's Vine. Was heißt das? Wenn du Granaten hast und ein Ding ist zornwürdig attackiert, dann... Jungs, ich brauche nur 18 Zombies mit Headshots. Entschuldigung. Äh, kriegst du keinen Schaden, sondern... ...ne Granate wird gewastet. Wie viel brauchst du noch? 18. What the fuck? Ja, was soll ich machen? Du hast nur keine Headshots gemacht, oder was? Next ammo. Habt ihr euch schon Perks gewohlt? Sechs, Digga. Entschuldigung. Ist auch nur von der anderen Seite. Hier. Was? Hier noch. Vier. Ich hab vier. Vier Zombies Heidshotten, Digga. Dann krieg ich meine Belohnung. Ich weiß nicht mehr, wo lang, Digga. Ich seh keine Zombies mehr, Jungs. Shit, vier. Ich hab nur noch eine Minute. Ja, schaffe. Easy. Wenn ich mal wirklich gesehen würde, äh. Passt das, Digga. Hier ist es viel cooler bei mir, auf jeden Fall. Hast du die nächste Tür aufgekauft? Ja. Ist grad die nächste Runde auch hingegangen, Digga? Ja. Zwei noch. Zwei noch. Oh, ich bin fast da. Einen noch. Ich bin tot. Span 7, 8. Bruder. Danach muss man ja noch. Was? Danach musst du noch die andere Mission machen, alle. In Daylight-Zeit. Welche andere Mission? Also 7,5 Kabel. Benutzen und so. Ich lieg bei Quick-Revibe, falls du es einmal schaffst. Ich hatte mir auch schon Quick-Revibe gekauft. Du bist ja jetzt wieder weg, ne? Oh mein Gott, Digga. So, noch mal. Nicht fest. Also, Satcha-Boost-Jogger noch nicht. Gib mir einen Speed-Color. Speed-Color war richtig, ne? Ja, hab ich leider nicht genug für. Ach, Leute, meine Waffe kann doch durchschießen. Eee, ja. Ich hab die ganze Zeit noch im Einzelschuss. Ich weiß nicht, wo lang. Ich bin, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, wir haben doch Rüster. Ja, no, Digga. Die sind auf einmal alle hinter mir, Digga. Max-Emma war nicht ganz wichtig. Ich hab hier ein Teil. Nochmal Max-Emma. Oh, ich hab einen Schlüssel gefunden. Jetzt können wir irgendwo aufmachen, im Safe. Windows-Wine ist auf jeden Fall wichtig. Echt? Äh, guck mal, guck mal, ob du bei dem, was du aufgemacht hast, eben Tanne mit Speed-Color, ob du da jetzt diesen Dings-Bunker aufmachen kannst. Ja. Nice. Ja, dann geh wieder rein, Digga. Oh, Alter. Kommen wir nicht mehr nach oben, jetzt? Doch, doch. Oh, das ist ein Leiter, also. Junge, einfach vor dem Tribut vor Bahnum, Digga, wo Finnick stirbt. Gage, die Flopper. Kurz alles gefickt, Digga. Ja. Ja, die kleinen Uhren sind noch. Ich bin hier eingeengt. Okay. Ich höre, schlimmstes Wort hier gerade. Ach, ich... Junge, Junge, kommt man hier irgendwie weg? Kommt man hier irgendwie weg? Junge, kommt man hier auch irgendwie weg? Hüsa, du kannst doch nicht hochklettern. Ich dachte, man kann da hochklettern. Nein. Renne einfach, renne einfach. Mach runden, runden, runden. Ich habe keine Muni mehr. Wenn du zu mir immer runden wirst, ne, okay. Ich sterbe ja auch. Ich habe Bowie-Knife auch nicht. Aber hab ich auch nichts. Na, ich habe nichts. Kannst du mich vielleicht holen. Hast du Creeper-Revive? Ne, ne? Doch. Oh, oh. Mann. Digga, sind das viele? Ne, ne, das ist nichts. Ne, ne. Jetzt muss ich das überleben, oder was? Ja, also. Irgendwie. Irgendwo musst du da rauskommen, Digga. Kannst du keine Tür aufkaufen, Digga? Und kauf dir PhD sonst, Digga. Dann kriegst du keinen Schaden mehr von Granaten. Ja, aber. Bringt ja auch nichts, wenn du da rauskommst. Da war doch eine Tür eben gerade. Ja, aber ne, die kann man nicht anaufkaufen, Digga. Da war ich auch schon. Ich glaube, man muss da echt überleben, oder? Ist da nicht ein Knopf, Digga, neben der Tür? Nein, ich kann gleich nochmal. Wenn du jetzt, wenn du gleich zur Tür läufst, rechts. Ein Gunscrawler. Ey, was geht das? Da war das Hydrant, Digga? Ne, da war irgendwas zum Schaufeln, Shanta. Also Dick. Ja, ja, das hast du überall. Da kommen aber gleich nur Granaten raus. Oder ein Schlüssel. Ja, du willst aber auch wissen, Digga. Ich hör, Digga, mach dir mal kurz vor. Ja, die kannst du ja boxen eigentlich, die zwei Kohle. Ja, Insta-King. Aber jetzt spawnen wir da unten und dann? Ne, ich glaube, wir spawnen oben, Digga. Ne, aber chill mal. Erstmal guck nach irgendwas, Digga. Nein, guck doch erst mal nach irgendwas. Wir spawnen unten, Digga. Pick auf Valve. Ich hab ne Valve abgepickt, Digga. Könnt ihr da jetzt rein? Hier, hier. Rotate. Digga. Als ob ihr das nicht gefunden habt, Digga. Hier, Junge, du warst ja auch dabei. Hallo, guten Morgen. Wo Muni? Ich hab keine Muni, Junge. Hier ist noch ne Waffe. So pingt man nicht. Ja, Digga. Wo ist die Waffe? Hier, überall, Digga. Zwei Waffen. Links, rechts. Hier ist ein Perk. Double-Crap, oder? Ich bin tot. Jungs, Digga. Such doch nen Ausweg. Ja, Bro. Ich war gefangen. Nicht feiten. Nee, ich hab nen Ausweg. Wie viel kostet das? 1,5, Digga. Ei, ei, ei. Ah! Nein, du Pämmel. Sie ist ja mega Arsch. Ja, die MP5, ne? Schaffst du schon, Bro. Ich wusste nicht, dass ich da soll. Nein, nein, nein. Jo. Hat Spaß gemacht, ne? Hat Spaß gemacht. Morgen dann wieder, Jungs. Ja, ich hab' ich das geguckt, während du da warst, Leon. Geht los. Was soll? Was soll? Als der auf dem TikTok gesagt hat, dass, wenn man sich hinlegt vor einem Perk, dass das die die Referenz dazu ist, dass vor Spielautomaten, unter Spielautomaten Leute Münzen gefunden haben früher und da mitgespielt haben dann. Echt? Ne, war ich nicht dabei. Ich kann mich auf jeden Fall, äh, darin erinnern, Digga, dass bei, wie hieß das nochmal, Digga, wo wir früher mal an Geburtstag hingegangen sind mit den Hüpfbocken. Harleys, Bruder. Harleys. Junge, und da war wirklich full, full immer unter dem ganzen Spiel da. Junge, ich schwöre, Digga, ich hab da immer geguckt und, Digga, immer auf einmal, 10.000 Sachen, 10.000 Münzen da unter, Digga. Echt? Ja, Mann. Ja, zum Weiterspielen oder auch Geld. Haben wir nicht sogar mal einen Zehner da drunter gefunden? Digga, ich hab da auf jeden Fall immer, hab ich unter jedem Automaten hingegangen, Digga, und hab da immer gedings, Digga. Junge, was machst du denn jetzt hier bei meiner Fälle? Ja, darf ich auch einen haben, oder was? Wir sind schon bei Runde 3, sind nicht ein Stück nach oben gegangen. Ich glaub, das ist sehr gut, eigentlich sogar. Das sind alle Queer-Cover-Fronten. Nee, können wir gar nicht. Wir müssen schon mal... Ah, hier. Jetzt können wir hoch. Okay, Digga, jetzt müssen wir hoch, Digga. Ich mach erst auf, wenn die Sinopulze hier ist. Ist sie nicht. Scheiße. 2015. Ja, wir brauchen Waffen. Ja, erst mal soll Leon töten. Oh, ich hab einer ganz krass... Töte, Digga, da spawnen so viele, Digga. Das schafft man nicht alleine. Was ist das überhaupt, was ich hier eingesammelt hab? Also... Ich bin dead, Digga. Jungs! Ich bin dead. Oh, die Crawler, Digga. Oh mein Gott. Das ist auch ne dumme Entscheidung, Digga. Ich sag, wir brauchen auf jeden Fall Waffen, Digga. Wir können die eigentlich sehr gut sagen. Das ist ja, wenn ich... Jungs, komm hier... Ihr habt beide Quick Revive. Ja, Digga, chill mal deine Arme hier. Ach, haben wir gerade echt zusammen geholt? Ist ja wild. Hä? Haben wir gerade zusammen wieder überlegt? Ne, haben wir... Die Scheiße, Digga. Kauft auf jeden Fall die nächste noch. 2,5 kostet die. Und dann ist hier ne MP. Bei mir steht kein Index, Digga. Keine Reise oder so. Und hier ist ein Perk auch, ne? Hier ist Deadshot. Ja, ich muss das holen. Jungs, wer ist Nikolai? Tschüss am. Nikolai, Nikolai. Achso, die ist noch alt. Ich weiß nicht was gekauft. Jungs, die Scheiße. Ein AP. Warum schießt ihr nicht? Ich hab keine Waffe. Warum schießt du nicht, Hobi? Hab ich doch, Digga. Aber die Munitionsvorstellung, ja. Okay, wir müssen andere Taktiken angehen, Digga. Oh, 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 oh. Digga. Soll mich, lass mich nicht durch. Oh, ich hab so ne, so ne Laserpistole. Junge, mach mal auf hier, Hüsam. Kann ich nicht, weil ihr im Weg steht. Hä? E, Digga. F. Kann ich, F. Geht nicht. Denn E. Geht beides nicht. Ja, weil du Todbringer hast, also. Dann geht das nicht. Echt nicht? Ja, weil das ein Dings hat, ne? Wie, Insta-Killer oder so. Nein! Zigarette an, Lamu, gehen wir hin. Jetzt mach. Jo, wie kostet die Scheiße? Jetzt auch die nächste Unkennung. Ja, Digga. Ja. Ja, kurz vor Tod, Digga. Nehmt eure Piste wieder. Max, das ist immer nice. Wollt ihr das? Wollt ihr Punkt drauf? Oh, 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 oh. 3-5, Jungs, 3-5. Hier ist Juggernaut, by the way, ne? By the way. By the way, digga. Ja, Digga. Ich hab schon Juggernaut gesagt, Digga. Und schmeißt eure Granaten immer runter. was wir brauchen wir für die nächste 35 ja ich hab ich hab ich kann es gar nicht mehr kaufen ich hab's auf einmal also dann habe ich es für dich geholt aber mein geld ist trotzdem weg ja wie hoch geht das nur diese paar schufe noch oder was nein 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 aber das ist auf jeden fall schwerer als das mit der schwerkraft das ist ja auch so enger raum hat einfach das ist gut ja am besten keine muni verschwenden wenn ich toping habe oder einer der du musst auf jeden fall jetzt die tür aufmachen was hier tempo aber das habe ich nicht genug jungs weil wir haben instacill ne merkt euch das schießt mit pistol und doppelte punkte also schnell schnell schießen hä schnell töten weil doppelte punkte auch noch jetzt nicht ey du hast keinen dicks mit und heute auf jeden fall doppelte ne oh mein gott da ist ne dicks jungs ist zack ja bro soll ich machen knallt rein doch nehm nochmal weiter 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 wir müssen wir brauchen die unbedingt digga cheeees oh mein gott doppelte tap ganz wichtig ja digga ich hab's so schnell gekauft einfach what the fuck der trinkt das ja gar nicht sondern der hat's dann bei uns du ne jungs ich hab mir Glück geworfen noch ey was das wenn du ne begrenzung hast digga 1,5 kostet das digga ja was hast du denn gelernt fuck me 500 normal ne 500 kostet nur wenn man äh solospiel kostet 500 no echt sorry ja oder ja lad nach digga oh ist gut ich weiß nicht dass du den jump geschafft hast direkt vor uns Hilfe 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 runter 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 oh da hast du instakill oben no way digga ich bin dead ufff ich versuche hochzukrammen fürs instakill digga das wäre echt huge digga despawn despawn ich bin nicht schnell genug renn hoch renn hoch renn hoch achso ich dachte es despawned digga nein ich dachte es despawned digga nein ich dachte es despawned ja ne ja das ja hat er auch gesagt es ist despawned ja ja es despawned gerade digga mach ja ich hab deine Pfeffer ja ja digga jungs digga ich brauche ne neue Waffe wo ist die PDW hier hier ja müssen wir alle holen ich hab zwei Aft auf jeden Fall das nur mal plus per kill und dann auf 4000 Aft ja ah digga oh oh keine Zäcke mehr gut erstmal Waffe wechsel digga riecht merkt ich muss mal Alarm wo ist die da nun unser Ausweg direkt vor dir direkt vor dir Leon ja junge digga ich genau ich kann doch nicht ich hab keine Muni mehr digga was soll ich machen krabbeln mal krabbeln mal zurück krabbeln mal zurück krabbeln mal zurück Anna hat er schon spring mal runter und helf mir ich hab mir selbst schon siebenmal juggen geholt digga ich hab keine Munition mehr digga ich hab keine Munition mehr digga ich hab gar keinen Sinn digga wie kostet die oh wups ich hab erstmal Munition gekauft hier ist B-Color das brauch ich digga boah das ist auf jeden Fall wichtig mit der hinter uns zwischen uns guck mal du hier die Ecke ab Leon hol sie dir boah ey Träger Träger anstrengend Träger auf jeden Fall Cola digga ich brauch mal wieder Dings wie viel kostet die? 3k kostet die 3.400 wunderbar die STG muss sie auch gleich machen double tap wäre eigentlich wichtig ne ich hab alle 4 pro ich hab alle 4 pro ich hab nur ich hab nur ich hab nur 1-3 meinst du kostet die ich hab keine Munition mehr ich hab keine Munition mehr 1-4 1-4 1-4 ich hab mit dem du hättest ja auch einfach die Waffe kaufen können oder nicht? ich hab mir immer nur die 2-4 1-4 1-4 Okay, Arne, geh mal weg, fangen wir. Ich hab uns viel cooler auf jeden Fall am wichtigsten, ja. Da ist ein Deathbanger. Die Tür kostet 4,5 by the way nur, ne? XM oder egal. Geh mal rein da, das ist wichtig. Warte, warte, warte. Warte, chill kurz. Ich muss nachladen selber. Die oben machen wir. Oh, nice. Okay, ich muss vollen. Okay, dann kommst du. So. Okay, ich komm auf. Danke, Digga. Was hier? Das hast du egal, Digga. Widdowswein. Hol dich mehr, Digga. Was ist das nochmal? Was ist Widdowswein nochmal? Wir bleiben nachladen. Ne, wenn nicht, man schlägt. Widdowswein ist, wenn du geschlagen wirst, dann verliest du kein Leben, sondern eine Granate. Und jetzt kommt so eine Explosion und alle Zombies werden gesloatet. Und jetzt kommt so eine Explosion und alle Zombies werden gesloatet. Ja. Achso. Was ist da gespawnt? 5. 5. Geil. Max Ammo auch. Jungs, die können sparen. Und auch einen Todbringer, ne? Ja, weil das erwarten mit dem Todbringer. Wolltest du grad Max Ammo einfach nehmen, Digga? Ne, ich wollte nicht Max Ammo, ich wollte runter mit Jack kaufen. Eigentlich wollte ich mir Double Tap kaufen, aber ich hab's vollgekackt. Ich mach nächste Dings auch. Ah, 1-94, Digga. Ach, man kann den Todbringer auch einfach switchen. Ne, ne, dann hast du ihn nicht mehr. Ja, 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 aber ich meine so... Ja, aber der ist doch cool, ne? 1-94, Digga, geil. Loll. Ja, das ist okay. 5.000 Klasse. Hier ist Mule Cake. Loll. Was hier? Achso, Rudeau, Swine brauch ich noch. Wo war denn das? Ich bin gleich noch mal an. Oh, hier direkt die nächste. Okay. Ich war auf einmal zwischen zwei Zombies, Digga, kann nicht mehr raus. Naja. Dinger. Ey, ich schieh schon. Jetzt. Hol ihn zum. Ich soll? Ja, hol ihn. Ich hab Treffen-Maschinen, muss ich machen. Ja. Dich. Ja, ich muss dir erstmal Jagernot holen, ne? Du darfst ja durch wegen der Maschine. Wo ist Jagernot? Ich mach ganz oben auf auf jeden Fall. Der Jagernot hab ich wieder. Ihr safe Pack-A-Punch. Ihr ist Pack-A-Punch. Wie ist das hier? Und Kiste Pack-A-Punch. Ich baue wohl die hier unten, die hier unten. Die ist doch ganz oben. Digga, Mann, ey. Ich seh's nicht, weil hier überall Staub ist, Digga. Die kommen die ganze Zeit aus dem Boden raus. Ich meinte, die ist doch ganz oben. Oder geht's da weiter? Digga. Aber spawnen hier oben welche, wenn ja, denn tot. Ich hole mir Jagernot, Digga. Renn wieder hoch. Kill die Leute vor mir. Auf einmal spawnt noch jemand in mir, Digga. Ich komm nicht vom Fleck. Jetzt, jetzt schnell. So, jetzt muss ich wieder Jagernot holen. Oh, einfach mal ganz runter gesprungen. Hier ist Jagernot, ne? Ja, okay. Hab ich immer einen Jagernot. Äh, ich hab Thunder Gun. Ich hole. Ich hole. Ja, ich versuch's, Digga. Ja, ich versuch's, Digga. Mich sieht das aus, als ob du in der Ecke stehen würdest. Oh. Oh. Ey, Thaddeus, was geht ab, Digga? Hä? Ich sag, ey, Thaddeus, was geht ab? Oben spawnen keine, ne? Nee, oben spawnen keine. Zum Glück. Da ist ein Double, wo ich mich, Digga. Wird man, bin ich da rein. Boah. Insta. Ich meinst du Granaten auf jeden Fall. Nee, ich meine nicht. Oh, das war... Was für Speedcola? Auf einmal ist das leichter geworden, ne? Irgendwie. Ich höre. Oh, was Speedcola, Digga. Oh, mein Gott. Einfach 13, Dings, Digga. 13k. Bottle Perks. Ach, die Elzert, Digga. Elzert immer einen, Digga. Einfach wirklich. Ich hab mal ganz kurz die Tana Gun gepuncht. Okay. Aber dafür kriegt man... Man kriegt keine Punkte mit der, ne? Ja. Wo ist denn die Kiste? Direkt neben der Kalk gepuncht. Oh, nein. Du hast ein bisschen zu dicke Eier. Du hast ein bisschen dicke Eier da gerade. Du hast ein bisschen dicke Eier da gerade. Brauch eigentlich Double Points, äh, Double Tap, aber scheiß drauf. Ja, lass es doch zusammen runtergehen, wenn ich auch genug hab. Ich hätte ja erstmal die Chess, Digga. Lass mich erstmal ne gute Waffe kriegen. Achso. Manowar. Nice. Manowar ist auch ein bisschen. Kräft die nicht mal, Digga. Du tust das schnell. Galil hab ich. Galil ist auch nice, Digga. Galil ist mir sicher. Okay, jetzt mal los. Das ist ein Max-Ammo. Das ist ein Max-Ammo. Chill, Bro. Du. 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 Du musst nur einen Lautfall machen. Ja, Digga. Ich muss so kurz ein bisschen meine Eier raushängen. Ja, Digga. Ist das ein bisschen drüber? Ist das ja wirklich einfach der? Hinter dir. Wir sind hinter dir. Ja, dann fick die doch. Ich muss nachladen. Oh, du rennst auf einmal an mir vorbei, Digga. Wo ist Doppelt her? Noch ein weiter unten, Digga. Ist doch irgendwie einfacher. Noch weiter unten. Ich brauche noch 15k, dann können wir benden das einfach. hier ist es hier bei mir bei dir ja da wird es bei dir auf der links hinter dir ist eine atombombe also alle perks nehmen dann oder nur vier da ist ja nur 30 grad zum gewinnen doch irgendwie einfach nur anfangen so schwer irgendwie bock zu punchen aber ich will irgendwie eine geilere waffe haben und was bringt das denn wenn du die 30k hast das dann? ja dann haben wir gewonnen also auf dem bild sah das schon schon eher so aus ich glaub der tower richtig hoch geht digga punch mal meine beiden waffen was zum fick hab ich denn hier hg 40 digga ist das denn? ja lass uns mal testen welchen hast du gefunden? beide einen unter dir ooooh 48 dredge die sieht geil aus digga ach ne digga was ist das denn? oh double point glaub ich hatte noch nicht einmal ne death machine dieses spiel ne ja das ist ja jetzt 30k gleich ja soll ich beenden oder werde ich spielen? ja soll ich beenden oder werde ich spielen? ja du kannst beenden von mir aus ey ich will irgendwie nochmal ne ne richtige wasser haben das ist ne schwere wir mal abschweren digga edw digga die war ja nur der anfangsschwerende die war ja nur der anfangsschwerende paro digga einfach die vespa grad zugekriegt lsat na gut das ist die bandwaffe die man davor aufkaufen kann lsat? ja das geht hier das ist hellsat die ist jungen 26 digga what the fuck na gut ich sag mal 6 1 wir ja ich dachte das ja Wir haben nie den Anfang geschafft, das geht unendlich. Unendlich? Ja, wie soll man das denn schaffen, wenn es unendlich geht? Ja, natürlich nicht unendlich, aber so richtig hoch einfach. Wollen wir diese chinesische Treppe spielen? Ich hab sie gerade angemacht. Ja? Ja. Schafft er schon. Unendlich und irgendwann ins Bossfight. Jo... Weil ich hab einfach kein Intro, dinge. Ah, jetzt. Wir waren noch nie beim Bossfight, ne? Hä? Wir waren noch nie beim Bossfight, ne? Nee, glaub nicht. Junge, wie klein die Waffe ist. Und da hinten kommt der Boss und den darfst du auf jeden Fall nicht denkst. Sobald du auf die Treppen gehst, kommen die Dinger, rapes, digga. Ja, da haben wir schon drauf. Ja, aber die spawnen wieder, wenn du runter gehst von der Treppe. Achso, okay. Wir können eigentlich hier chillen, digga. Bis, äh... Der Riese kommt, ja. Ja. Wir können ja auch Messern noch an den ersten Runden. Obwohl die explodieren. Oh mein Gott, du da, ja. Ja. Er kommt auch schon. Ja. Oh mein Gott. Jungs. Ja, das war für mich, war eine Wandwaffe, ne? Aber ob die so gut ist. Yo, Jungs. Was habt ihr mir nicht habt? Den kannst du die Catch-up machen, Harry. Äh, und lass auch einen, Digga. Aber ausweichen, Digga. Ausweichen, ausweichen. Kannste auch abschießen. Die ganz an der Kante, meistens sind die da nicht. Meistens. Junge, Digga, wie ich den Tana hier schon hochgelaufen ist, das weiß ich da nicht. Jo, ich bin fast tot, Digga, weil mich drei Dinger auf einmal angefangen. Aktien, Digga. Die hier, Digga. Ich hole die Waffe auf jeden Fall. Ja, Digga. Ach, hast du die andere Waffe holen? Die kommen einfach aus dem Boden hier. Ja, ja. Ah, Jungs, Hilfe. Okay, kurz Quick-Revive holen und direkt hoch, Digga. Oh, Alter, kommt auch schon wieder, Jungs. Oh, da unten, da liegen aber auch geile Sachen, ne? Nicht, was da ist. Wie stehst du die Dinge ab? Oh, sie hat mich. Ja, warte. Der Riese kommt, Jungs. Jungs. Ich habe schon, ja, ja. Let's go, würde ich sagen. Ich habe noch keinen Quick-Revive, Jungs. Junge, egal, der Typ ist doch da. Wir müssen, Digga. Ja, Mama. Nein. Die Crawler gehen aber nur geradeaus, Digga. Oh, die Crawler, Digga. Oh Gott, ich habe es geschafft. Ich bin tot. Genau auf mir. Ja, ich wollte dich gerade wiederbeleben. Oh, Jungs, Digga. Bloß nicht auf die Treppe kommen, Leon, Digga. Nee, nee. Kommt hoch. Gäh, Digga. Ja. Du kommst schon. Hol erst Saner, hol erst Saner, Digga. Ey, der Riese ist so nah bei uns, ne? Ach, Jungs. Er darf nicht auf die Treppe, Digga. Ja. Ach, ja. Gib Gas, Bro. Ja Junge was soll ich machen? Du hast hier falsche Gold Weiter Leon Ich bin einfach hinter dem gespawnt Der kleine Wichser Einfach der von Transit Der Ding ist Elektro Ding Jaja Nein Wir sind am Rennen einfach Ja Ich schmeiß eure Granaten die Treppe runter Dann kommen die nicht so schnell Wenn du uns Heißt aus Max Ammo ihr habt nicht mal Waffen Digga Oh was ist das denn Digga Das ist ein Sniper Gib mir die Wie kostet die Digga ist das Stamina oder Double Tap Das Double Tap Was? Das Double Tap Digga Also Doppel Schießen ne? Nein 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 Nicht direkt Schämen zusammen Oh mein Gott Hoch 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 Ey das wird doch nichts Schieß sie ab Hä? Easy Zu dritt Einfach abschießen Einfach schießen Einfach schießen Was ist los? Ich hab so gefressen Digga Hoch 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 Habt ihr Digga Hast du ihn? Ne du hast nicht Ja Max Ammo Nachladen Ey wir können hier lang Hol doch Jugger noch oder nicht? Egal Wenn ich genug Geld hab Wir können jetzt wieder runter ne zum Punchen Oder was auch immer Der große Typ ist doch hier Und hier sind auch Challenges aber hier sind wir safe Digga Hier lang Du sagst hier lang aber gehst du nicht lang Ja weil ich mit Äh Jungs mag man Challenge? What the fuck Hilfe Hier drin sieht ihr uns nicht oder was? Ne Digga hinten können wir auf jeden Fall Challenges Ich weiß nicht ob er hier lang kann aber Hier können wir auf jeden Fall lang Ja er kann hier lang Hier runter oder was? Ne ne Zu lernen Oh mein Gott Digga Mama Hast du ein teurer Markster? Jo hier ist nicht grad viel besser Digga Ich glaube er kann auch hier lang laufen aber wir können ihn hier halt einfach outlaufen So weißt du Ja er kommt auf jeden Fall hierher Jungs Oh Ich bin dead Oh mein Gott Wir haben gar nicht mal mies Punkte waren hier Ja Ihr müsst den Markwart töten ja So bitte Er hat nur noch einen Kopf Wo bist denn du? Ja Hier oben Wir müssen einfach nur noch alle Challenges machen ne Der ist dead Digga Bianco Merkt ammo Ja du kannst ihn einfach umlaufen Digga Der wird Die anfangs bist du voll strong man Ja Guck hier Ich würde mir gern Jugger nur tun Hast du wie das mit euch zu ist? Ich habe einfach 10k Ja Ja Jagger noch was denn das ist hier wenn du die den schwarzen weg wieder zurück gehst doch aber warum ist das so wichtig weil mein ruf kaputt geht bianco bianco der scheiß nahe tausend punkte bekommen wie ich so hinterher du kannst auch runterfahren ja denke ich habe so ein fahrstuhl aktiviert was war da kann ein bisschen feuch schießen hier aber nicht so viel weitergelaufen weiter nach unten ja es ist hier immer noch keine augen hatte ja ich habe das echt nicht gesehen dass ja wo seid ihr hin schaffst du das hier hoch ich bin nicht da auf die treppe kommen kann ich auf jeden Fall nicht kommen ja ich weiß ich weiß ich seh mein Leben ja nicht ich weiß nicht wie lange ich noch lebe ich bin nicht so lange nicht mehr so lange auf jeden Fall zwei egal keine ahnung doch habe ich es geschafft oben oben gar gar noch ziel bei mir ja auf jeden Fall keine munition hier sind auch waffen mk 14 oder mk 14 sache hinter uns hinter uns auch mein Jungs Lad eure Waffen nach und lass hoch. Ja, hoch, hoch, hoch. Da wollen wir noch keine Munition. Ja, die nächsten Waffen. Ja, lad halt einfach nach, Digga. Ach so. Irgendwie schafft man's immer. Irgendwie schafft man's immer. Wieso noch? Jungs, ich bin... Wir trinken alle, Digga. Zum Glück haben wir uns alle. Jack, ich bin dead, ich bin dead. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Einfach mal hochgehen, weißt du? Was ist denn hier da? Ah, hier können wir jetzt runter. Jungs war das übel frisch. Man spielt deine Attitüde nicht. Die Füße sind still. Jungs, die KN da unten ist auf jeden Fall nice. Hier können wir rutschen. Rutsch nicht. Wer auch immer die dumme Idee hat, fang euch beiden grad nicht rutschen. Äh, warum? Weil du denn ganz nach unten kommst wieder. Können wir nicht punchen gleich? Nee. Ganz oben können wir punchen. Ey, ganz oben auch. Echt? Ja. Ich hab da keinen Palke Punch gesehen. Och, ganz ganz am Anfang. Ganz unten. 100 Prozent. Ja, hör auf. Ja, hör auf. Ja, hör auf. Ja, hör auf. Seid die Pisser aus. Das ich wohnt und fahr Straßen weiter. Und einer von euch die Obenwaffe geholt hier? Ja, ich. Meinst die gut? In Ordnung, aber viel zu wenig Munition und Magazin. Dafür, dass es eine LMG sein soll. Und zwar? 47 Schuss. Wollen wir weiter hoch, Jungs? Jaja, auf jeden Fall. Was ne random Anzahl, ey, gell? Let's go. Nee, tut mir. Nee, du seid echt verrückt von mir. Nee, du seid so frech mit mir. Easy. Hier oben ist ne Shotgun auf jeden Fall. Ich bin wieder tot, Digga. Weil ich einfach gefangen bin, Digga. Ich check das nicht. Du musst links, rechts laufen. Du kannst nicht nur einen legen. Ja, ich... Ich lauf durch die Leute auch einmal. Ich bin irgendwas stuck, Digga. Ich kann mich nicht bewegen. Hier steht irgendwas. Something is missing. Aha. Ja, ich hab einen Shield-Part aufgesammelt schon. Jetzt hol mich mal. Äh, ich hol den H. Ja, und? Hä? Ich hol ihn. 2 Treppen noch. Digga, noch nie so weit gewesen. Hä? Noch nie so weit gewesen. Hä? Noch nie so weit gewesen. Ach, wir waren schon mal oben. Safe. Ich nicht, Digga. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es nicht waren. Ja, auf jeden Fall keine Muni mehr in der Karte. Ja, lass auf jeden Fall hochlaufen. Guck, 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 guck. Guck, du schießt dir so einen kleinen Weg und dann gehst du einfach links, rechts die ganze Zeit. Einfach da, wo grad frei ist. Durchbacken. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Wir brauchen noch ein Magazin. Hold F2, du besagst den Money für Max Ammo. Ja, kriegen wir mal Max Ammo mitfragen, Digga. Oh, Electrocherry. Ich hab 20 Schuss noch. Gibt's ne Waffe für 3,5? Wo? Oh, dann Max Ammo für 8k. Ja, hier. Ist das ne Shotgun? Ja, ne Shotgun. Ja, ja, ich auch. Ist das ja auch ne Shotgun oben? Ja, das ist ein Shotgun. Die Warnschluss auf jeden Fall. Scheinlich ist ja nicht so ein Shotgunshaus. Ich mag deine Attitüde nicht. Ich hab einen Schuss noch. Ja, wir brauchen eigentlich ein MX Ammo oben, ne? Ja, du hast doch 13k. Ja, einer hat doch 13k. Ja. Und weiter, ne? Kann doch kaufen. Ja, aber ist ja auch nötig. Ich kaufe lieber ne neue Waffe. Ja, aber wir haben jetzt nicht so alle das Geld, um ne neue Waffe zu kaufen. Ja, doch schon. Hier zwei, ne? Ja gut, die kostet 3,5, Digga. Ja, habt ihr doch auch ne? Okay. Keine Ahnung, Digga. Ja. Wollen wir hoch? Folgt mir einfach dann. Let's go. Oh, da ist die Rampage, die ist nice. Digga, da kommen wir wie viele Bosse jetzt, Digga. Egal, knall einfach ein bisschen rein, oder... Legen zu lassen, ein bisschen wegs, oder rechts, ein bisschen legen zu lassen, ein bisschen schießen, dann bist du oben. Ich bin schon wieder stuck, Digga. Ich komm nicht da ran vorbei, Digga. Einer ist irgendwie an mir dran, Digga, und ich häng da wie ein Assi, Digga. Ist das Deadshot, Digga? Oh, das war ein, oder? Hier ist auf jeden Fall ne MG. Hier oben ist auch wieder was, ne? Auch ne MG. Es sind noch zwei Treppen jetzt. Das habe ich zwar eben schon gesagt, aber jetzt sind es wirklich. Können noch drei sein, ne? Was? Können noch drei sein. Ja, so... Ja, hier bin dann noch ein bisschen Zoom, ja. Na, also ich würde gar nicht so lange irgendwie hierbleiben, weil oben haben wir doch diese freie Dings, weißt du? Ich hab ne Hades gekauft. Aber ich will meine Schockker-Munition aufwingsen. Also wenn ihr hier noch was wollt, Jungs, dann holt euch das, Digga, sonst lass hoch. Also ja, alles ist gut, Digga. Kleiner Wichser, Digga. Junge, Digga, was soll ich da? Ich kann mir da eh nichts kaufen. Junge, was kommt hier? Ist einfach alles gedribbelt. Hier oben ist Esels, tritt auf mir. Einfach alles gedribbelt, Digga. Wie ist das ganz unten? Hey! Digga, die schießen uns noch ab, Abi. Ja, Bro, ich bewege mich doch schon. Bin wirklich mal ein bisschen schneller, Digga. Oh, ich bin gleich da. Oh, ich bin gleich da. Oh, ich bin gleich da. Egal, alles gut. Irgendwie krieg ich auch keine Punkte vom Killen, Digga. Oh, Alter, geh da raus, doch. Oh, Digga, auf einmal kommen wieder 20.000 Leute, Digga. Der ganze abfällt noch kein Speed-Grundabend, Digga. Doch, nach wohin? Ganz am Anfang. Ganz am Anfang? Ja, die zweite Stealth-Laser. Kein was, Digga? Speed-Grundabend. Doch, doch. Nee, Speed-Grundabend gab's nicht. Bro. Ja, ich komm nicht weg, Digga. Ich muss nachladen, sieben Zombies sind bei mir. Ich komm nicht weg an denen. Ich hab keine Perks die ganze Zeit. Ich hab auf jeden Fall jetzt auch keine Muni mehr. Muss auch so ein bisschen drohen. Ich kann dich nicht beschützen. Lass mir noch ein paar Messer. Okay, tötest du sie? Was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich? No, I might miss you. Daämm.. Und du? Ist das tick? Na mit, weh.. Go. Ah komm bitte, sei doch mein was, Jungs. Messer ich doch mal' paar Leute hier! Lass mir doch wenigstens ein paar Messer Ja Junge, endlich Die hat nur 2 Karten, ne? Hä? So ein Bowie knife oder was? Habt ihr euch nicht vor die Dinger gelegt, vor die Perks die ganze Zeit? Nee Nee Max Ammo Endlich, Junge Wollen wir hoch? Ja, warte, lass mich kurz nachladen Komm Let's go Junge, Digga Oh mein Gott, was hast du denn? Oh, ich muss nachladen Oh mein Gott Oh mein Gott Tanit Der Mark war, Digga, der hat mich geballert Irgendwie überlebt Digga, jetzt bin ich gestorben, Digga Das heißt, das bin ich, Digga Egal, ich nehm das doppelte Punkte noch mit, Jungs Oh, Alter Jo Digga, what the fuck Max Ammo Ich glaube, ich bin gleich weg, ne? Ja, ne Hardfly Hälfte Nicht Max Ammo ohne Leon, ne? Ja, Digga Ich werfe eine Granate Max Ammo ist gleich weg Direkt hoch, oder was? Nein, 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 nein Ach, du Scheiße Oh mein Gott Und Boss, oder was? Ja Junge, hä? Junge, Digga, wie viel hält der aus? Kann man mich noch töten? Nein, Digga, die Dings kommen wieder Aber egal, die haben den Boss weggemacht Echt jetzt? Nein Da ist noch einer Noch ein Boss Nein, ich bin gestorben, Digga Junge, von wo kommen die aber? Digga, nach dem ersten Ich bin einfach von den Bullen ins Loch reingedenkst Und bin dadurch gestorben Nach dem ersten Mal sterben, Digga Kann ich noch nicht vergleichen Die ganze Zeit, Digga Ja Hopp